Peter Parker war ein ganz normaler Junge, bis er von einer magischen Spinne gebissen wurde. Du bist ein Zauberer, Peter. Wer ich? Willkommen in Hogwarts. Gryffindor! Peter Parker. Unsere neue Berühmtheit. Jetzt beginnt für ihn das dritte Schuljahr. Lernen wir an dieser Schule auch mal was über Mathematik? Oder Physik? Oder Fremdsprachen? Nein? Nur Zauberei? Okay. Euer neuer Lehrer im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste? Professor Han Solo. Wenn ihr in einer Bar sitzt und jemand bedroht euch mit einer Waffe, dann müsst ihr ihn sofort erschießen. Wenn ihr ihn nicht sofort erschießt, wenn ihr wartet, bis er zuerst schießt, dann sind die Fans mega angepisst. Was? Der Serienmörder Sirius Wayne ist aus dem Hochsicherheitsgefängnis von Arkham ausgebrochen. Und er ist hinter dir her. Aber keine Sorge, Peter. In Hogwarts bist du sicher. Äh, sind sie sicher, dass ich hier sicher bin? Ich meine, da sind Dementoren auf dem Schulgelände. Und eine gefährliche peitschende Weide. Und menschenfressende Riesenspinnen. Und letztes Jahr ist hier ein tödlicher Basilisk durch die Schule gekrochen. Und dann war da der riesige dreiköpfige Hund im Jahr davor. Und dann ist da noch... Du bist hier sicher. Peter Parker und der Gefangene von Arkham